Von unserem Hotel aus, dem Möwenpick Resort in El Cossier, geht es erstmal im Kleinbus eine halbe Stunde am Roten Meer entlang. Mit dem Schlauchboot erreichen wir dann unser eigentliches Ausflugsboot. Eine halbe Stunde Fahrzeit später, wir sind in der Lagune. Die Tauchergruppe und die Schnuppertaucher gehen als erstes ins Wasser. Wir, die Schnorchler, fahren mit dem Schlauchboot ans Außenriff. Mit einem ganzen Trupp im Wasser ist eigentlich nicht unser Ding. Sind wir doch gewohnt, stets nur zu zweit zu schnauscheln. Egal, wir genießen die Unterwasserlandschaft. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach ca. einer Stunde am Außenriff geht's zurück. Mittagspause Danach individuell nochmal ins Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 Unser Resümee Eigentlich wäre ein Tag am fantastischen Hausriff unseres Hotels sinnvoller gewesen. War trotzdem ganz nett.